Brauchst du was zum Essen? Mach dir mal die andere Kokosnuss auf. Hm, sammeln? Ne, finken. Hier ist sie auch noch mit zwei heißen Adern. Ja. Ja, aber sonst bin ich eigentlich ganz in Ordnung mit dem Essen. Hast du Steine dabei? Hm, ne. Wie ging denn das gleich nochmal? Der Stein, Klinge und dann ein Stock und ein Seil. Okay, dann müssen wir kurz Steine suchen. Ja, vermute ich jetzt die größte Challenge von allem. Ja. Wenn man es braucht, dann findet man... Ich hab einen Stock. Papagoi. Wasser. Da ist ein großer Stein, Sammel. Ja, sehr gut. Hast du ein Seil? Ja, ich hab ganz viele Seile. Ja, schön. Mensch, dein Klinge. Mensch, dein Klinge. Wo? Hier. Alter, ich hör's hier tapsen, Mann. Mhm. Ich auch. Wow, oder? Ja, ja. So, Stein, Hacke. Dann nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Was tapst hier? Dann können wir ja eigentlich nachher durch die Höhle auch wieder zurück. Ja, hätte ich gesagt. So. Alter, ich dachte grad, das ist ein Bär. Junge Vater, komm das Ding auf mich zu. Das wäre denkbar schlecht. Ja, das ist aber nun wild. Alter, hab ich mich grad erschrocken. So, was sollen wir jetzt noch machen? Sollen wir jetzt noch weiter an der Wand entlang, oder? Bis wohin? Ähm, Goldminie? Ähm, Goldminie? Meinst du, sie finden wir? Nee. Oder sind wir jetzt einfach zur Höhle? Und dann von da aus zurück. Ich würd sagen, das klingt eher nach nem Plan. So, nach Hause, oder? Ja, oder? Sachen entladen und so. Ja, wirst du, ich bin halt schon recht. Wir brauchen vor allem ne Hacke. Hast du das Eisen jetzt mitgenommen? Ja, 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 ja. Ja, dann gehen wir einfach durch die andere Höhle durchnehmen. Da das Eisenerz noch mit. Da nehmen wir das auch noch mit. Das klingt nach nem Budenplan. Weil wir müssen uns hier was aufbewahren. Wir können jetzt hier nicht in jeder Folge hier eine Location entdecken. Aber jetzt wissen wir, eine Location ist innerhalb von einer Folge erreichbar. Ja. Und das ist einmal über die halbe Map. Ah, dreiviertel eher, oder? Nee. So weit dann auch wieder nicht. So ging's nochmal rein. Hier noch nicht, noch nicht, hier noch nicht. Weiter oben. Da hab ich nicht vorhin verlaufen. Das war viel weiter oben. Gut. Hier, müsste das sein. Ja. Na jo. So. Könnt's abbauen. Um die zu spickern. Nein. So, mein Putz. Ja, geh schon mal vor. Du musst hier das Eisen abbauen. Ja. So. Vermutlich wäre es jetzt keine gute Idee, hier einfach runter zu springen. Nee. Jetzt wird's wieder mega dunkel. Ja. Brauchst du die Fackel? Nein. Aus was ist denn die gemacht? Nehm Stock, nehm Seil und weil das ne bessere Fackel ist mit Harz. Dann behalte ich sie. Hä? Hä? Oh wow. Das ist zwar ne Eisenader hier, aber ohne Eisen drin. Hä? Bist du angegriffen? Nein. Okay. Hat sich grad nur so angehört. Naja. Ne, aber das hier sind zwei wunderschöne Eisenadern ohne Eisen drin. Ach was. Hatte ich ja echt gedohnt. Ähm, Juri? Ja? Ja? Ach, erstens, ich weiß genau wo wir hier jetzt sind. Ja. Ach so, wir kommen ja. Wir brauchen ja trotzdem die Wurrfahrung runter zu kommen. Ja, dann kommen wir da zurück. Daran habe ich jetzt aber auch nicht gedacht. Aber ich erinnere, ich erinnere mich, ich weiß jetzt genau wo wir da sind. Gut. In unserem Spawnpunkt. In unserem Spawnpunkt nämlich. In unserem Spawnpunkt nämlich. Das ist doch wo wir die erste Folge fahren. Hm. Wurfhaken? Hä? No. Ich warte hier auf dich. Oha. Ich brauch Rot. Was ist denn Rot? Oha. 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 Hi Juri. Hier, halt hier ist nochmal Hartz. Komm mal zurück. Nein. Doch hier. Und ich kann das auch nochmal nehmen. Ja, dann kannst du es sammeln aber nicht. Oha. Oh, ich sehe schon da unten grüne Pilze, da musst du Juli unbedingt hin. Weil grüne Pilze die gute Pilze, oder? Ja. Weil die machen nämlich, äh, zwei Energie. Ah. Weil die kannst du dir einfach so rein, rein versperren. Okay. Weil sonst gehen die eh kaputt. Ja, das stimmt auch. Und ich bin jetzt so ein bisschen, wie ich an die, eine Waffe, ein paar Gäste. Ah! Oha. 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 Alles gut heute hier? Oh nein, ich bin zu voll. Nein, ich bin zu voll. Ich schmeiß mir den Pilz wieder raus. Na, nein, 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 nein. Sind wir nicht irgendwo über ein Dings gelaufen? Doch, jetzt müssen wir jetzt hier rauskommen. Oh, jetzt sind wir hier oben am oberen Ende, wa? Ja. Das ist diezisch länger als gedacht. Was man vermuten mag. Oh, scheiße, ich hab auch Gäste. Moment, ich hab Ekel. Yay. Wo laußen du hin? Ich hab nur einen Guck, was hier gibt. Guck dir. Wolle dich sie... Da, in der Pilze. Also, das war ein Stock. Junge Vater, du hast so rumgetänzelt wie eine Schlange. Mach das doch nie mit meinem Herz. So, müssen wir hier jetzt gleich... Genau. Wir sind doch nicht so weit oben vorhin... Nee, komm mal, wir sind. Wait, what? Nico? Jodi? Ja, doch, wir sind da von da unten gekommen, wa? Ja. Pass auf, da ist eine Schlange. Wo? Da sie, da! Alter. Du bist jetzt fast genau reingesprungen. Ja. Junge Vater, sagt der da, Mann. Oh, mein Gott. Warte, hast du noch Platz? Komm mal zurück. Ein bisschen, ja. Warum? Hier. Ein Vogel. Jetzt bin ich bei 49,9. Leben am Limit. Hä? Wo war denn jetzt der, dieser Baumstamm, von dem wir rüberkommen? Sind wir da nicht einfach? Nee, oder? Wir kommen doch nicht mehr hoch. Oder? Der dahinten? Nee, der war nicht so weit weg. Gleich doch, keine Ahnung. Nee, der war nicht so weit weg. Komm mir auch extrem weit vor, aber... Wie willst du sonst da hochkommen? Bist du jetzt zu dem Dings gelaufen? Der ist schon Dings. Da hinten, was ich dir gezeigt habe. Never ever sind wir dahin gelaufen. Das war direkt daneben. Hier ist auch plötzlich so eine Steinwand dazwischen. Wie da ist eine Steinwand dazwischen? Ja, hier ist eine Abkennung, rechts, links. Nee, wir müssen hier hin, Nico. Komm mal mit. Oh nein! Was ist los? Ich habe einen Mauskörper. Jetzt bin ich zu schwer. Die Maus? Ja, hier. Immer die Maus. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt hier wieder hoch. Und jetzt? Wir sind auf der Felswand nicht gefolgt, du Held. Ja, wir waren schon ein bisschen von der weg dann. Nee, aber nicht so weit. Eventuell schon. Nee, warte mal, ich gehe mal hier wieder hoch. Hä? Da geht's nirgends hoch. Hä? Wir wurden verorscht. Oder ist hier schon irgendwo der Durchgang, wo wir eigentlich schon wieder in die andere Galaxie kommen? Die andere Galaxie. Hä? Ja, doch, dann lass da unten mal hingehen. Ja. Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Ich auch. Weil irgendwo runtergesprungen sind wir ja nicht. Was leuchtet denn da? Wir haben nur Reflexion vom Mond. All... What? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich hab Gift! Das ist irgendwie wie in das Papierner so reingelaufen. Im Wasser! Das ist schlecht. All... Warte mal. Hm... Wie war das Monalia-Blatt und... Kräuter? What the fuck? Nein! Ich muss ja fast... Ja, auf jetzt, dich zu untersuchen, du Idiot! Ja, ich weiß, dass du müde bist. Jetzt sind wir hier durch. Muss ja fast, oder? Äh, in anderen Baustamm ist nicht da. Ja, wir müssen Gas geben. Bevor du uns hier abkratzt. Jo, hast absolut recht. Oh nein! Das ist jetzt... Da ist schon wieder was aufgesammelt, was? Ja, Pilze. Also, wie schnell von deinem nur Sachen jetzt grad bitte. Null. Weil ich möchte die Items jetzt nicht verlieren, unbedingt. Ja. Ja, du bist lustig, du... Ja, das war doch mal... Ein schöner Trip. Ja. Ja. Schmeißt du alles raus, ich geh schlafen. Ja. Weil ich bin müde. Ich war kurz vorhin umkippen. Ich war kurz vorhin umkippen. Ich war kurz vorhin umkippen. Warst du ja. Okay, hoho. Oh, ich hab jetzt nur noch Fieber. Ich hab's besiegt. Jawoll. Okay. Wie sieht's aus, was brauche ich denn? Ich muss trinken. Ich muss trinken. Alter, das war jetzt aber echt knapp, man. Hier liegen keine Steine mehr. Hm. Nicht so nice. Das heißt, ich würde mich mal opfern und ein paar Kisten bauen die nächste Folge. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Militärration. Soll ich mal ne Militärration essen? Keine Ahnung. Was kannst du damit machen? Ja, essen. 10 Fett, 25 Proteine, 15 Kohlenhydrate. Wie seh's sonst mit der nähere Nahrung aus? Eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt, wenn Dosen tun Fisch, halte ich für die nächste Folge. Ja. Alter, das ganze Menschenfleisch müssen wir mal rauswerfen hier. Ja. So. Na ja, also ich bin soweit eigentlich. Jaaa. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Miko, ich brauche so eine Hilfe. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin einfach nur umgekippt, weil müde. Ich hab da überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, bitte. Danke. Wie viele, Juri, wie viele Kokosnusschalen kann man haben? Jawoll. Ja. Was raschelt hier? So. Okay. 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 Aber sonst... Jetzt haben wir gar keinen Sitzkasten gemacht. Tja, jetzt kommt der nächste Folge. Ja. So. Diese hier sind schon wieder lang genug. Ja. Woll. Wir haben jetzt 6 Uhr in der Früh. Boah, haben wir die ganze Nacht. Ja. Also. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. In der nächsten Folge geht's weiter. Da werden wir wahrscheinlich wieder unser Lager ausbauen. Denn wir waren ja jetzt ja auf Tour. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht.